La baguette, la camembert, lass uns lieber machen madame, auiui, auiui, also schön geprickelt in deiner Bauchnabbel und damit herzlich willkommen zur Let's Play Minecraft. Ja, willkommen zurück, ähm, ich bin verwirrt. Äh, wir wollten Fenster, ne? Wir wollten Fenster, das ist auch ein tolles Deutsch. Wir wollten Fenster. Wir wollten Fenster. Ich nehme mal alles mit an Scheiben im Fenster und wie weit wir mit den Glasscheiben kommen, weil ich möchte echt so eine riesen Fensterfront hier machen. Ohne Spaß, damit haben wir einen super, das ist schon fast wie ein Wintergarten wird das. Also ich glaube, ja, ich glaube schon. Ich glaube, komm, ach was, was, scheiß was drauf. Das ist total übertrieben eigentlich, aber scheiß was drauf. Und besser zu übertrieben als gar nicht. La 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 la. So. Fenster. Oder soll man eine Mitte einfach so durchziehen, so eine Steinreihe? Nee, oder? Nee, nee, das sieht nicht aus. Ach, jetzt geht das wieder los. Jetzt muss ich natürlich genau immer den Punkt treffen. Scheiße, das Problem ist, wenn du einmal falsch gebaut hast, kriegst du die Scheibe nie wieder. So, meine Fresse, Alter, das ist doch nicht so fast. Alter, gib mir das auf den Sack. Ist ja unglaublich. So, so, so. So, vielleicht hätte ich doch erst von oben nach unten anfangen sollen oder sowas. Oder von unten nach oben, ich weiß es nicht. Naja, dauert jetzt halt ein bisschen länger mit den Scheiben, ist mir jetzt... Mann, ist mir jetzt egal. So, ja doch, ich glaube, doch, ich glaube schon, ja. Warte mal, ich fang mal so an. Aber so kann man leider nicht, so kann man leider nicht bauen, ne? So läuft er weg. Ah, okay, Scheibe schon vorbei. Da waren die Scheiben schon zu Ende. So. Ja, das sieht doch supi aus. Willst du mich verarschen? So, ich glaube, dass die Scheiben nicht reinkommen. Aber wir haben ja noch Glasblöcke, ne? Damit können wir ja auch noch, können wir ja auch noch was tun. So, 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 so. Ja, okay, das... Ja, 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 ja. Kann ich mit leben. Na, vielleicht sollte ich mal gerade gucken, damit auch... So. Damit das auch funktioniert. Ja, doch, das... Ja, doch, das funktioniert so. So geht das schon doch ein bisschen zügiger. Okay. 20 nur noch. Uh, 15 nur noch. Alter Schwede. Aber vielleicht wird's... Nein! Scheiße, wenn ich mich noch mehr verbau, dann reicht das gar nicht mehr. Verdammt. 7 noch. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. So. Okay. Alter, das ist wie so ein Wintergarten, ne? Das ist voll geil. So, dann werden wir mal ein paar Glasscheiben bauen. Warte mal, wo war das gewesen? Ich muss mal eben schnell schauen. Da. Ja, so. Wir haben immer noch ein Glas. 57 Glasblöcke. Ich denke mal, das wird reichen, ne? Wollen wir denn aufgehen? Ah, hier. So. So. Oben wir da anfangen? Na, 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 na. Achso, falls Sie... Äh, falls Sie einige fragen... Wollen wir es mal wieder in die Mine? Ja, wir werden noch mal in die Mine gehen, versprochen. Aber nicht in der nächsten Zeit, weil ich doch gerne hier so ein bisschen an dem Haus... An dem Haus weiterbauen möchte. Ich glaube, da unten verbrennt gerade ein Zombie. Hört sich zumindest danach an. So. Ich glaube, die Scheiben reichen. Und da war irgendwo ein Loch. Wie die mal sterben, ne? So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fertig. Jawohl, geil. Supi. Licht brauchen wir noch. Ich frage mich, wie erstellt man eigentlich Glowstones? Da muss ich gleich mal gucken. Da muss ich gleich mal mir die Info mal einholen, wie man Glowstones erstellt. Guck mal, da waren noch drei Steine. Die können wir noch hier beipacken. So, das Schwert. Wir können eigentlich auch reparieren, ne? Die Schau... Die Axt ist... Warte mal. Können wir uns eigentlich eine... Haben wir noch einen Diamanten irgendwo rumfliegen? Drei. Reicht das für eine Diamanten-Axt? Ich schau mal schnell, was uns denn eine Diamanten-Axt kostet. Drei... Ja, zwei Stickies. Aber ganz ruhig. Aber zwei... Zwei... Da verlässt mich meine Sprache. Aber zwei Stickies an der Sonne. Alter, aber ganz schnell. So, dann bauen wir uns nämlich mal eine Diamanten-Axt. So. Und die werden wir auch hegen und pflegen. Und natürlich wird die auch erst dann zum Einsatz kommen, wenn es dann soweit ist. Wir wollten nämlich auch Holzhacken gehen. Denn ich möchte auch den... Es wird Nacht, glaube ich, ne? Genau, es wird Nacht. Ähm... Der Mond geht auf. Denn... Ich möchte das Dach nämlich, glaube ich, aus Stufen bauen. Aus Holzstufen. Und... Steine können wir immer noch holen. Ja, also nächste Aufgabe ist dann für uns... Das Glas kann ich mal hier reinpacken, hier. Nächste Aufgabe für uns ist dann... Die Karte brauche ich mal... Oder brauche ich die Karte? Warte mal, wir werden... Weißt du was? Wir legen uns jetzt erst mal pennen. Erst mal pennen gehen. So. Ich habe ein Doppelbett. Aber ich bin so alleine. Ich bin so alleine. Ich habe so ein Doppelbett. Aber hey, da kann mich keiner beobachten. Wixen. Oh, Entschuldigung. Ich meine beim... Beim Liebe machen. So, ähm... Ne, ich glaube Karte... Ach, weißt du ja, was? Komm, wir gehen einfach los und hocken... Und hockenhals. Hockenhals, wollte ich sagen. Ciao. Guck, wie er läuft, ne? Watschel, 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 watschel. Komm mal mit. Komm mal mit. Ich zeige dir mal, was du sprengen kannst. Komm mal mit. Komm mal mit. Ich zeige dir mal, was du sprengen kannst. Komm mal mit. Komm. Na, komm. Komm, 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 komm. Na, komm. 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 Komm, komm, komm. Großer, komm. Komm. Ah, wie du ein Süßes. Wie du ein Süßes. Komm mal, hier kannst du sprengen. So. Siehst du? Da kannst du sprengen. Da kann von mir so ein Wasser auch reinlaufen. Ist mir egal. Ist mir egal. So, ähm... Bäume, ne? Weil hier ist Dschungelholzbretter. Die könnte man eigentlich, äh... Eigentlich auch. Zweite Flatsch! Zweite Flatsch! Zweite Flatsch! Zweite Flatsch! Zweite Flatsch! Entschuldigung. Mein Nachbar hat mich auch für bescheuert. Wahrscheinlich, wenn ich das hören. Denken, ob das mit dem nicht in Ordnung ist. Lalalalalala. Da haben wir doch Hölzer. Holz, 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 Holz. Okay, da geht die... Da geht die Axt schon kaputt. Aber wir haben wir noch genug. So, da war Birkenholz, Birkenholz, Birkenholz. Lalalalalala. Lala. So, weil wir brauchen definitiv jede Menge Holz. Denn, ähm... Weil ich denke mir mal, da werden einige Stufen drauf gehen. Da werden etliche Stufen, glaube ich, drauf gehen. Aber wir haben auch noch Kisten, also für Vorrat und sowas alles. Das ist prima. So, Birkenholz nehmen wir auch mit. Kann man verschiedene Treppen machen, also müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken... Äh, 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 was ist heute los? Müssen wir mal gucken, ähm... Wie wir das Handhaben dann. So, blub, blub, blub. Da sind auch noch Bäume. Nehmen wir auch noch mit. Blub. Blub, blub, blub. So. 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 Ja, hallo. Huch. Oh. So, so. So, so. Komm, die Richtung ist, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht hier in dem Bereich bleiben. Da werden wir genug Holz finden. Da werden wir, glaube ich, super fündig. Was Holz angeht. So. La, 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 la. Radda, 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 radda. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt gerade auf das Lied komme. Keine Ahnung. Aber die Minecraft Musik ist manchmal auch sehr beruhigend. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge progressive Muskelentspannung mit Flexi. Ja, ihr habt richtig eingeschaltet. Jetzt ist es an der Zeit, euch zu entspannen. Lehnt euch zurück und genießt die Ruhe. Schließt eure Augen und spannt euren Schließmuskel an. Kneift ihn so fest zusammen, wie ihr nur könnt. Und wenn ihr dann pupsen müsst, haltet noch ein wenig inne. Entschuldigung. So. Ähm. La, 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 la. La, 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 la. Ich hoffe, ich finde auch gleich wieder zurück. Das ist gut, dass ich die Karte mitgenommen habe. La, 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 la. Du Drecksau. Drecksau-Baum. Das ist ein großer Baum übrigens. Der hat ein paar mehr Hülser parat. Hülser. Na. Wieso komme ich denn da nicht lang? Achso. Vielleicht sollte ich den auch mal komplett zerhacken. Zerhacken. Oh, grotter Baum. Grotter Baum, grotter Baum, grotter Baum, grotter Baum. Ja, Holz. Jede Menge Holz. Holz ist immer gut. Holz. Alter Schwede, wie viel Holz. Wächst das eigentlich, wächst das eigentlich, wächst das eigentlich, wachsen, 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 wachsen. Die, wie, sie. Wachsen die Bäume eigentlich nach einer Zeit nach, oder wie ist das eigentlich, oder? Oder wenn man irgendwann, ich sag mal, wenn man ein Leben lang nur Minecraft spielen würde, ja? Eine Karte wird erstellt und man spielt ein Leben lang dieselbe Karte. Und holzt da einen Baum nach dem anderen ab, ohne selber anzupflanzen. Ähm. Ist dann die Karte irgendwann kahl? Entstehen dann keine Bäume mehr, oder wie ist das? Ich meine, klar, man kann Bäume anpflanzen, das ist mir bewusst. Aber ich würde gerne mal wissen, ob man dann irgendwann die Karte lernen kann. Alter, überleg mal, da spielt so ein ganzes Leben Minecraft. Und irgendwann hast du keine Bäume mehr. War das, war das ein Wolf? Ja, es war ein Hund, ne? Ich glaub schon. So, da war noch ein bisschen Birke mit. Ich bin ja eigentlich Birkenpollenallergiker, aber, ja. Ist mir jetzt egal. So. Die Axt verabschiedet sich auch gleich. Ich glaub noch einen Baum. Ah, ich glaub noch drei oder vier. Die hält noch ein bisschen. Hält noch ein bisschen aus. So, warte. So. Nehmen wir mit, 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 nehmen wir mit. So. Ähm. Ja, was wollte ich sagen? Ich weiß, ist jetzt gerade nicht so spannend, aber wir brauchen ja Holz. Ne, weil, ihr wisst ja, ist für einen guten Zwerg. Ist für einen guten Zwerg. So. Äh. Da sind noch Bäume. Guck mal an. Da sind noch Bäume. Bäume, 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 so. Auch noch Bäume. Ist das ein Herz? Ne, ein Apfel. Ich glaub schon, was macht ein Herz da? Was liegt da ein Herz rum? Herzelein, du musst nicht traurig sein. Ich weiß, du bist nicht gern allein. Und schuld war doch nur der Wein. Und schuld war doch nur der Wein. Wenn wir, wenn wir, wenn wir so weit fertig sind mit unserem Bau, das, äh, sei mal so dahingestellt, weil, wenn wir jetzt anfangen zu bauen, verbraten wir ja sowieso wieder jede Menge an Holz. Und da weiß ich jetzt schon, da wird endliches drauf gehen. Also von so an, ja, die große Holzrunde. So, ich glaub mit der, ich glaub mit der Diamanthacke geht es, glaub ich, noch schneller, wenn ich dann, die werd ich dann, glaub ich, auch zum Holzhacken benutzen gleich. Also nicht so wie die Spitzhacke. Die Spitzhacke möchte ich mal aufheben so für, für so arbeiten wie in der, in der, in der Mine dann oder so. Weißt du, dass man da, dass man da viel entspannter und viel geruhiga, geruhiger, was ist denn heute? Mir fehlen heute irgendwie die, die, die Wortsätze. Also das ist schlimm. Heute ist echt, heute ist echt der Wurm drin. Ähm, dass man da ein bisschen beruhigter durch die Mine wandern kann. Dass man da viel schneller sich freigraben kann und irgendwie viel schneller durchkommt. Lass mich durch, bin ab. Und, ja. So. Alter, das mit dem Enderman, dieser Bürgermeister. Das ist unfassbar. So, warte. Jetzt muss ich selber erstmal gucken, wie ich da drankomme und alles. So, blub, 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 blub. Komme ich da noch dran? Ja, da auch noch. Da auch noch. Aber da nicht mehr, ne? Ah, doch, fast. Na, komm, komm. Ja, sehr schön. Blub, 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 blub. So, was haben wir denn? Oh, da ist ja noch. Oh, da ist ja noch jede Menge Platsch. Da ist ja noch jede Menge Platsch. Und die Achse ist auch noch im grünen Bereich. Im saftigen Bereich. Das heißt, wir haben jede Menge Zeit, um Bäume zu zerhacken. Ja, Greenpeace würde das, glaube ich, nicht sehr gefallen, was wir hier gerade tun. Aber es dient ja dem Zweck unseres Überlebens. Und wie ich schon sagte vorhin, äh, die Lektion heißt Überleben. Stärkere gewinnt. Also, Schweinehacken, Schweinezerken. So. Ich hoffe, ich habe mich nicht verlaufen gleich. Ich hoffe, ich finde gleich schnell zurück, weil es wird nämlich so langsam Nacht. Und wir müssen so langsam, glaube ich, gleich die Holzhackerei mal unterbrechen und mal kurz schlafen gehen. Oder wir arbeiten die Nacht durch. Aber ich habe immer so ein bisschen die Angst, dass uns irgendwas dann besuchen kommt nachts. Weil hier sind Spinnen, hier sind Skelette, hier sind Zombies, hier sind Creeper. Und das kann ganz schnell gehen, dass wir, ähm, auf einmal dann, ja, Besuch bekommen. Und da bin ich kein großer Fan von. Und ich möchte doch gerne ruhig und behutsam schlafen können. So, den nehmen wir auch noch mit. Ah, verdammt, immer dieses... Kennt ihr das bei Minecraft auch immer? Ach ja, komm, den Stein noch. Ach, komm, den Stein noch. Ach, komm, das Holz noch. Ach, komm, das Holz noch. Das muss noch weg, das muss noch weg. Ah, das ist schlimm. Man kann sich so verlieren in diesem Spiel, dass es... Naja. So, ähm, warte. Warte, 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 warte Also wenn ich irgendwas höre, höre ich sofort auf und hau ab hier. Ich versuche jetzt mal in der Nacht weiterzuarbeiten. Ich weiß, sie sind nicht gerade sehr höll. Aber immer noch besser, als sich jetzt zu verkriechen. Also können wir doch die Nacht ein bisschen mitnutzen. Die muss ich gerade nicht. Ich mache die noch mal ein bisschen lauter. Entschuldigt bitte. Ich finde, manchmal ist sie zu leise, manchmal ist sie einfach viel zu laut. Bauen wir mal 40. 40. Ich bin hier im Wald, denn dort ist es immer kalt. Die Nacht streift durch mein glänzendes Haar. Und der Guido ist auch schon ganz nah. Guido ist übrigens der Bürgermeister. Habe ich ihn jetzt einfach mal getauft. Alter, die ist scharf, ne? Das hat mich jetzt total nervös gemacht. Oh yes, of course. Nervous. 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 So. Nalalalalalalalalalala. Ach, da sind wir schon wieder da. Da sind wir am kammer. Da haben wir einen kleinen Rundgang gemacht. Den machen wir wieder mit. Ich höre ein Skelett. Das klingt, als wäre es nicht weit. Ja, super. Und jetzt kommt die Diamant-Hack. Alter, geht das schnell. Alter, Finne. Alter, Finne. Kann man die eigentlich auch reparieren wieder am Amboss? Aber da brauchen wir bestimmt Diamanten, ne? Anstatt Eisen. Wahrscheinlich. Ich höre. Hallo. Okay. So, warte mal. Pass auf. Ich nehme den Baum. Die Bäume nehme ich noch mit. Alter, geht das schnell. Alter, Finne. Alter, Schwede geht das schnell. Nö. Halt doch mal die Schnauze. Kuh. Ich bin nicht hier. Verrat uns doch nicht. Mann, ihr geht nicht. Affenköpfe. Ja, vergisst euch. So. So. Da ist ein Creeper. Ich habe einen Creeper gesehen. Der kommt hinterm Baum. Da. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh. Ciao. Okay, wisst ihr was? Wir gehen wieder zurück zu unserer Behausung. Guckt euch mal. Guckt euch mal die jämmerlichen Buden an und guckt euch den Palast da hinten an. So muss es noch mit der Wohnung aussehen. Ähm. Was macht der Zombie da? Der vergreift die an die Kühe. Da ist ein Creeper. Ich verschwinde mal lieber schnell. Oder ist ein Spinner? Ich. Ja. Ciao. Ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Am nächsten Morgen. Ciao. Ciao.